Geschäftsidee, Thema 8, Telgberuf Ich habe das Thema Selbstständigkeit gewählt, weil ich seit meiner Kindheit den Traum habe, nicht als Angestellte zu arbeiten, sondern mein eigenes Unternehmen zu gründen. Ich möchte ein Geschäft mit dem Konzept Einkaufen auf Rädern starten. Diese Art von Dienstleistung wird in der heutigen schnelllebigen Welt immer beliebter und trendiger, da immer mehr Menschen wenig Zeit für den Einkauf haben. Mein Unternehmen wird sich darauf konzentrieren, Kleidung anzubieten. Ich plane, verschiedene Arten von Kleidung für unterschiedliche Anlässe und Zielgruppen anzubieten. Dazu gehören Freizeitbekleidung, elegante Kleidung für besondere Anlässe sowie sportliche Outfits. Das Besondere an meinem Konzept ist, dass ich die Kleidung direkt zu den Kunden bringe. Dadurch ermöglichen wir es den Menschen, bequem von zu Hause aus einzukaufen, ohne in überfüllte Geschäfte gehen zu müssen. Die Zielgruppe meines Unternehmens sind vor allem berufstätige Menschen, Mütter mit kleinen Kindern und Senioren, die Schwierigkeiten haben, selbstständig einkaufen zu gehen. Ich möchte sicherstellen, dass jeder die Möglichkeit hat, modische und qualitativ hochwertige Kleidung zu erwerben, ohne die Hektik des traditionellen Einkaufens erleben zu müssen. Ein weiteres wichtiges Merkmal meines Unternehmens ist der persönliche Service. Die Kunden können einen Termin mit mir vereinbaren, und ich komme mit einer Auswahl an Kleidung direkt zu ihnen nach Hause. Ich werde individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse meiner Kunden eingehen und ihnen helfen, die perfekten Outfits auszuwählen. Dies schafft ein persönliches Einkaufserlebnis, das die Kunden schätzen werden. Zusätzlich haben die Kunden die Möglichkeit, Kleidungsstücke über meine Website auszuwählen. Ich plane, mit anderen Geschäften zusammenzuarbeiten, um eine breite Palette von Kleidung anzubieten. Dadurch können die Kunden aus verschiedenen Marken und Stilen wählen, was ihr Einkaufserlebnis noch vielfältiger und angenehmer macht. Durch diese Kombination aus persönlichem Service und einer umfangreichen Auswahl an Kleidung möchte ich sicherstellen, dass jeder Kunde genau das findet, was er sucht. Um das Unternehmen erfolgreich zu starten, werde ich mich intensiv mit den neuesten Modetrends und den Bedürfnissen meiner Zielgruppe auseinandersetzen. Ich plane auch, eine Online-Präsenz aufzubauen, um meine Produkte zu bewerben und Bestellungen zu verwalten. Soziale Netzwerkplattformen werden eine wichtige Rolle spielen, um die Sichtbarkeit meines Unternehmens zu erhöhen und mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich fest entschlossen bin, meinen Traum von der Selbstständigkeit zu verwirklichen. Mit dem Konzept Einkaufen auf Rädern möchte ich nicht nur ein profitables Geschäft aufbauen, sondern auch einen wertvollen Service für Menschen bieten, die in ihrem hektischen Alltag Unterstützung beim Einkaufen benötigen. Damit komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar spannende Einblicke geben konnte.